Moin Leute, zu meiner ersten Aufnahme mit Mikrofon. Ja, tatsächlich. Es ist eigentlich eine meiner ersten Aufnahmen und heute geht es zum ersten Mal mit einem Mikrofon. Ja, es ist kein teures Mikrofon. Auf jeden Fall werde ich jetzt regelmäßigen Content mit einem Mikrofon bringen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dieses Video ein Like geben und abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, wir bauen jetzt erstmal Sachen. Erstmal versuche ich zu landen, was auf jeden Fall eine Bruchlandung wird. Maschine landet. Oh mein Gott, oh Scheiben, Geister, wie sie. Wow, Mau, Bursch. Und ja, wir bauen jetzt mal was. Ja. So. Genau. Ist das zwei Laden? Ja. Und übrigens, falls mir das Mikrofon ein bisschen räumlich ist, es ist kein teures Mikrofon. Und ich habe keine Ahnung von sowas. So. Ich brauche mal was. So. Als erstes baue ich ein Auto. Move perfect. Oder habe ich wohl was Cooleres. Paragreise. Paragreise. Hm, was bauen wir? Ein Rad. Ich brauche doch lieber, Mensch. I've been used. Sorry, der chatte. Sorry, habe ich nicht gesehen. Block. Dann nehmen wir Strasen. Blockieren. Nehmen wir Blockieren. So. Dann, dann. Okay. Wir nehmen jetzt einen Rad. Ich weiß nicht, ob man es Rad nennt. Er nennt mal Rad. Komm, wir nennt es Rad. Dann, nehmen wir den Block. Nehmen wir gleichen. Kleinsten. Okay. Ich hoffe, dass ich wenig rede. So bin ich. Ich bin ein Mensch, der an mir rede. Ja, ich rede gerade. Ja, wenn ihr Fragen und das so habt, schreibt es in die Comics, aber nicht irgendwie Erster oder sowas reinschreiben. Ja. Und meine Eltern, glaube ich, ach, diesen Content. Ah, ja, okay. Nein, egal. Ähm. Wir nehmen noch ein Rad. So. Ich habe eine coole Idee. Ey, es ist da wieder einfach eine Sensation. Äh. Boah, boah. 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 Betriebwerke? Stahl. Stahltriebwerk? Ja. Kann man machen. Liedes Auto fängt irgendwie an. Jetzt nehmen wir noch den Pilotensitz. Ne, ist der Fall der Hauptsitz. Sitten zwei Sitzern. Boah. Ich bin ein cooler Typ. Kapper. Nein, ich bin nicht gut. Mein aber noch einen Block. Einen Bellepblock. B-block. Ein Keil. Ne, Keil. 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 Ein fieses. Feier. Keil. Ein Aachen zu Feier. Keil. Jetzt kein Keil. Oh, fack. Das dachte ich gerade beleidigt habe. Keil. Keil Absatz. Ja. der gefällt mir doch schon dann machen wir den schön an mit materialien werkstoff glas nach klas und wo er ein bisschen das ding ist ja geil oder was mache ich hier ja kleineres Drehgic vielleicht Leise Reden meine Mutter liebt ja im und alt ein ein klamot ja 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 du du okay ich glaube die wieder politik und ich bin ja drehen sich mal nach vorne der darf nicht hin ob sie trotz sie immer mal zwei länger wenn schon ein Mensch auch so ein Spruch hoi das ging es geil mhm oh fuck sorry ich muss mich ein bisschen zusammenreißen mit den Wörtern und ja okay brumm 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 und übrigens bald wird es auch noch mit Musik gehen da muss ich mich erst mal ein bisschen kundschaften wie sowas geht ob man dann einfach auf so ein Musiksender abspielen muss und nachgucken muss ob es den Copyright hat ich hab mich grad abgekündigt ohne Copyright aber schluss hab das schon Copyright hat und ja ich beende jetzt erst mal die Aufnahme und lasst auf jeden Fall ein Saftleger, Like da und ein Abo da Ciao